Wann waren Sie zuletzt einmal im Krankenhaus? Diese Frage stellen sich wahrscheinlich gerade viele aufgrund der geplanten Krankenhausreform von Karl Lauterbach. Nach Schätzungen von vielen Experten wird diese Reform dazu führen, dass viele Kliniken in Deutschland schließen müssen. Das Vivantes Krautsdorf würde auch dazu gehören. Und das gerade in einem Bezirk wie Marzahellersdorf, wo enorm viele Ärzte aktuell in Rente gehen und es nicht genügend Möglichkeiten der ambulanten Versorgung gibt. Die wohnortnahe Krankenhausversorgung ist weiterhin wichtig. Aber auch für die Linke zählt, Krankenhäuser müssen reformiert werden. Sie müssen aber vor allem gemeinwohlorientiert arbeiten. Von ihnen muss der wirtschaftliche Druck genommen werden und die Beschäftigten brauchen bessere Arbeitsbedingungen. Wir werden um den Erhalt der Krankenhäuser kämpfen. Vor allem werden wir darum kämpfen, auch dass das Vivantes Krautsdorf erhalten bleibt. Und wir hoffen, dass viele dabei mitmachen werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017